In einer knappen halben Stunde werden wir schon da sein. Schnall immer deine Behelfsohren um und sing den Onkels da unten was vor. Wenn sie glauben, dass wir hier runterfallen, haben sie mehr Mitleid mit uns. Ist doch immer was Schönes, wenn man wieder mal zu Hause ist. Will du left behind, below us? Wow, das Bumse macht und unten ist er. Guten Appetit, die Flieger. Das Bumse macht und unten ist er. Was ist denn? Willst du schon kassieren? Die Fresse poliere ich dir. Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Soling. Dann pass mal schön auf. Was, wieso denn ich? So wie du jetzt, so sah mein Opa immer aus, wenn er Holz holen musste. Wenn er den Dolch raus hat, fällt er auf der Schnauze, Wetten. Hat dir eigentlich schon mal einer mit dem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen? Nein, bitte nicht, doch dagegen ist noch der Stützbeißen. Du sagst, ich bin blöd, ja? Aber vielleicht hast du recht. Ich habe immer recht. Aber du bist hergekommen, um alles in Ruhe mit mir zu besprechen. Aber das finde ich wieder fair von dir. Es ist genauso, wie du sagst. Man muss alles genau überlegen, mit viel Verstand, den du ja nicht hast. Und da gehen sie auch. Untertitelung des ZDF, 2020